Hallo, da ist der Rainer von myproduct.at. Wir sind nicht nur bekannt für unsere guten Produkte, sondern auch für unsere legendären Verpackungstests. Und um das noch ein bisschen an die Spitze zu treiben, haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Ihr seht es schon hinter mir, nämlich die Mostviertel Bastards engagiert, die Football-Mannschaft da aus der Region. Und die wird unsere Verpackung jetzt auf Herz und Nieren prüfen. Seid's dabei und genießt's den Showdown. Das war's für heute. Das ist der Arm, das ist der Arm. Da ist es. 1, 2, 3, myproduct! 2, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 21, 13, 18, 19, 20, 21, 19, 20, 21, 22. Vielen Dank.